Geiler Typ! Mit einem Mann schon zusammen. Also das ist Wahnsinn. Und du verletzt natürlich von deinen Spielern viel. Ganz bestimmt. Aber die geben nur auf Wien zu. Ja, die geben schon die Menge zurück. Die Jungs ist schon eine wie zu gute Truppe. Die haben ordentlich was losgetreten in dieser Saison. Vielleicht sind wir heute ein bisschen in den Spolpern gekommen. Aber uns wird keiner umreißen. So. So. Wie kommen wir gleich zu? Erstmal zu Liederweißen Nacht. Das ist ja schon damit zweitig.